Okay, es ist vielleicht nicht so klug, immer direkt nach vorne zu laufen. Man sollte vielleicht hinten stehen. Erstmal... ...vergiss ihn, wir haben andere Probleme. Erstmal auffüllen, ja? Ja, geil. Wow... Die hab ich noch nie gesehen. Das Zulu-Squad. Die Antwort der 33. auf alle Probleme des Lebens. Haltet die Augen offen. Wenn Zulus auf die Jagd gehen, gibt es kein Halten. Da bin einer auf der Deckung! Mit der Röde! Falt getötet! Schrotflinte in Sicht! Bring den Unfall ab! Kanate! Halt die! So, das wär's. Die Tür ist offen. Los! Komm! Vereilung, Walker! Wir haben nicht ewig Zeit! Nein! Aber wir haben auch nicht ewig... P90? P90? Äh... Ja! Wir haben auch nicht ewig viel Munition. Das ist das Problem. Deshalb... einmal... Munition sammeln, würde ich erst mal sagen. Oh! Das ist auch nicht besonders viel. Warte nach! 90 haben wir viel. Ja! Ganz unten ist ein Parkhaus. Hinter ihnen! Oh, scheiße! Worauf wartet ihr? Los! Los! Was? Hier stimmt was nicht. Was ist denn? Wir sind nicht allein. Nein, sind wir nicht. Wir sind entdeckt! Feind gesichtet! Ich feuere! Tango bewegt! Oh, scheiße! Entdeckung! Und... Ich steck das, Benner! Hatt einen! Und... lauf! Uuuund... lauf! Was ist denn da vorne? Ich seh' nichts, egal! Da ist ein Hottblend im Spiel! Schieß auf die Lüftung! Die sind voll Sand! Ähm, ja. Super, ne? Gerade bringt gerade nicht so viel. Wow. Schwerer Kluge erwischt! Goddard! Oh, da muss ich jetzt. Aufpassen! Schwerer Truppe! Oh. Auf dran, dem Dreckskerl! Schwerer Kluge! 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 Oh. Das bringt etwas mehr. Die Saw bringt noch mehr. 94 mag ich überhaupt nicht. Die Spray zu viel. Oh. Das hätte man auch machen können. Ja. Das mache ich jetzt nicht. Okay. Ach komm schon. Was? Ich träum nicht. Ich auch nicht. Aber Riggs und seine Männer sind gerade die einzigen, die uns nicht töten wollen. Das stimmt allerdings. Ich nehme sie helfen, Captain. Ohne Wasser werden alle in dieser Stadt sterben. Auch ihre Männer. Riggs will niemanden retten. Er will die Wahrheit sehen haben. Zusammen mit den Leichten. In Gera, hören Sie? Ja, Sir. Draußen sammeln sich Aufständische. Halten Sie sich in Bereitschaft, während wir die Sache regeln. Verstanden. Wir haben uns nicht auf dem Schirm. Erledigt, die Wichser. Ganz still und leise. Oh, Scout Tactical. ił through. Schrauber-